Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Supertest News am Freitag mit zwei neuen Panzern im Supertest auf Tier 7, nachdem ja heute auch schon der Alt-Protomarathon losgegangen ist. Das Review-Video dazu findet ihr rechts oben in der Infokarte. Wir schauen uns aber hier im Video den Tier 7 schweren Yo-Panzer an, den M2Y, und einen, ich vermute Premium-Panzer, aber das werden ein T-34M54, im Grunde ein T-34 hier, auf Tier 7, der, wenn man sich die Kanone anschauen wird, recht interessant ist, was die Aim-Time angeht. Wir werden uns beide Statistiken zu beiden Fahrzeugen anschauen, einen Vergleich natürlich vorne mit anderen Tier 7-Panzern, die entsprechend dazu passen und uns da einen ersten Eindruck zu diesen beiden Fahrzeugen abholen. Starten wir mit dem Tier 7 Yo-Panzer, den M2Y, der auch das erste Fahrzeug in diesem Tech Tree dann sein wird, der diese Ersatzketten mit sich führt. Er hat im Gegensatz zu den anderen Fahrzeugen, dann auf den höheren Tierstufen, aktuell keine zwei Kanonen, die getestet werden im Supertest, sondern er besitzt nur diese eine Kanone hier, mit einem Alpha von 240, was für Heavies im 7er-Bereich okay ist, nicht wirklich überragend. Alpha 320, die Durchschlagswerte sind relativ gut. 202 auf der AP, das ist im Top-Bereich bei den Heavies, also liegt auf Tiger 1 Niveau. Premium ist eine APCR mit 242 Durchschlagsleistung, und damit ist er auch einigermaßen gegen 9er gerüstet, kann man sich nicht beschweren. 45 Penn auf der HE. Wargaming hat hier bei diesen beiden Panzern heute leider keine weiteren Werte mitgeliefert, sonst haben wir immer nochmal extra die Soft-Stats und so weiter, die Bodenresistenzwerte bekommen. In dem Fall heute leider nicht, deswegen kann man zum Gun-Handling im Moment erstmal nichts weiter sagen. Nachladezeit 9 Sekunden ist relativ lang, er kommt damit auf eine DPM vom 1600, ist damit im DPM-Vergleich, das werden wir gleich noch sehen, relativ weit unten. Wobei natürlich, wenn man jetzt einen Tiger 1 hier ranzieht, der natürlich absolut weit raussticht. 2,2 Sekunden Einzielzeit ist soweit in Ordnung, da kann man sich nicht drüber beschweren im Heavy-Bereich. 0,40, die Genauigkeit ist jetzt auch für einen schweren Panzer auf der Tierstufe völlig in Ordnung. 10 Grad Gun Depression, 20 Grad Gun Elevation, das ist wie bei den Folgepanzern auch eine gute Gun Depression. Er kann also gut an Hügeln oder an Ridge Lines arbeiten. Die Mobilität ist recht gut, also da tendiert er eher Richtung Medium-Bereich fast schon, muss man sagen. 40er Top Speed jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber das Leistungsgewicht mit 14 PS pro Tonne ist für einen schweren Panzer auf jeden Fall in Ordnung. Die Frage ist halt hier, wie sehen die Bodenresistenzwerte aus? Das können bei Amerikanern so ein kleines Fragezeichen sein. 15 rückwärts, die Drehfreudigkeiten am Turm und an der Wanne sehen auch erstmal okay aus. 1.250 Hitpoints ist auch in Ordnung. Die Panzerung an der Wanne, 165 Millimeter an der Front. Die Wanne ist leicht gewinkelt, damit sollte er auf ganz gute Panzerungswerte kommen, wenn das jetzt nicht nur wieder an einer Schelle ist, die 165 Millimeter. Also im Gegensatz zum Beispiel zu einem Tiger 1 oder auch zu einem T29, der auch nur 100 Millimeter an der Wanne hat, zwar mit einer Winkelung, sind hier 165 auf jeden Fall schon mal eine Ansage. 203 am Turm. Der Turm ist gewinkelt, wie ihr seht. Er hat oben so eine sehr, naja, prominente Kommandantenkuppel drauf. Die wird höchstwahrscheinlich ein bisschen dünner sein, wobei das im Moment unklar ist. Aber mit Gun Depression sollte der Turm doch ein bisschen was bouncen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das hier ein neuer T29 wird. Das glaube ich eher nicht. Die Seitenpanzerung mit jeweils 76 Millimeter. Ja, muss man aufpassen. Für einen Siebener ist das durchaus in Ordnung. Aber ja, sobald man halt überwinkelt, immer mein Standardthema, sage ich mal, wird es relativ einfach in die Seite durchschlagen zu werden. Aber bei welchem Panzer ist das nicht? Also 76 Millimeter ist noch in Ordnung. 370 Meter Sichtweite, damit ist er auch solide. Und 745 die Signal- oder die Funkreichweite. Werfen wir einen Blick auf eine Vergleichstabelle mit anderen Tier 7 schweren Panzern. Was auffällt, die DPM von 1600 hier auf dem Jopanzer ist wirklich, sage ich mal, eingeschränkt. Klar, Karo ist da auf dem gleichen Niveau. Der VZ44 ist sogar noch ein Stück weiter drunter. Alle anderen Fahrzeuge, klar, Tiger 1 sticht hier deutlich hervor. Aber die anderen Fahrzeuge liegen hier auf einem etwas oder deutlich besseren Niveau. Durchschlagswerte darf man sich nicht beschweren. 202, ein Millimeter weniger als der Tiger 1. Insgesamt aber die Heavies im 7er Bereich mit relativ guten Durchschlagswerten gesegnet. Der Alpha-Schaden, und das ist eher so ein bisschen das Problem dabei, also in Kombination mit der DPM ist der Alpha-Schaden nicht wirklich gut. Wenn man jetzt eine niedrige DPM hat, aber dafür wenigstens Trade-Potenzial, wäre das gut. Hat der jetzt in der Form nicht. Die Frage, die sich hier halt stellt, ob er dann irgendwie anders das Ganze wettmacht. Zum Beispiel, wenn er Hold-Down schiebt, viel über den Turm bouncen kann und dadurch einfach die Gegenschüsse setzen kann. Ansonsten die Kanone. 2,2 Sekunden Einzählzeit ist er hier in dieser Vergleichsliste wirklich on top. Grundgenauigkeit 0,40. Da tendiert er, sag ich mal, zum Mittelfeld. Ich habe ja schon gesagt, für den 7er Bereich ist 0,40 erstmal so weit okay. Klar haben wir einen Tiger 1. Klar haben wir einen AMX M4, die hier deutlich besseren. Aber die anderen Heavys, wir sehen es schon, liegen da teilweise sogar nochmal in dem schlechteren Bereich. Soft-Stats kennen wir aktuell von dem hier nicht. Deswegen können wir da nicht wirklich drauf eingehen. Mobilität. Ein 40er Top-Speed. Damit kann er beim Tiger mithalten, wobei er dem Tiger trotzdem wegfährt. Höchstwahrscheinlich, weil er das bessere Leistungsgewicht hat, der Yo-Panzer. Die anderen Heavys lässt er einfach stehen. Wobei man hier sagen muss, die haben halt teilweise das bessere Leistungsgewicht, kommen also, sag ich mal, besser aus dem Knick. Und werden halt erstmal auf kurze Distanz trotzdem besser oder ähnlich gut sein wie der Yo-Panzer. Und erst auf längere Fahrten wird man dann den Unterschied mit dem Top-Speed merken. Wobei auch hier wieder so eine kleine Klammer zu sehen ist, weil wir halt nicht die Bodenresistenzwerte von dem neuen Panzer kennen. Die Drehgeschwindigkeiten an der Wanne. 28 Grad. Damit ist er hier in dieser Liste, wenn wir mal den IS und den 45TP außen vor lassen, mit oben dabei. Am Turm hat er 25 Grad. Und da ordnet er sich eher so in einem mäßigen bis schlechten Mittelfeld ein. Panzer, habe ich schon gesagt, könnte gut werden. Die Frage ist, ob wirklich wir hier immer nur von einzelnen kleinen Stellen reden, wo diese Maximalpanzerung angegeben wird. Oder ob dann wirklich die Wanne oder auch der Turm wirklich rund, oder was heißt rundherum, aber wirklich über die komplette Front dann diese Panzerungsnominellen Werte besitzt. Das ist im Moment auch unklar. Wir gucken auf die Sichtweite. 370 Meter. Da spielt er tendenziell schon eher oben mit dabei. Da sehen wir Tiger 1 mit 380, T29 380. Die anderen Kollegen stinken hier eher ab. Also da ist er auf jeden Fall deutlich besser als die meisten Fahrzeuge. Insgesamt wirkt er hier erstmal solide gebalanced. Fragezeichen halt so ein bisschen bei der Panzerung und bei der DPM, beziehungsweise der Alpha ist halt ein bisschen niedrig. Da muss man halt dann wirklich, wenn man ihn dann fahren kann, mal sehen, wie gut er am Ende performt. Machen wir weiter mit dem T-34M54. Ein T-34 mit einer 85mm Kanone auf Tier 7. Vermutlich ein Premium-Panzer, wo man denkt erstmal, ist irgendwie langweilig. Ja, ein weiterer T-34-Verschnitt. Wenn man sich das aber genauer anschaut, stellt man fest, der hat einen extrem starken Turm. Und wenn man sich den Turm ein bisschen genauer anschaut, stellt man fest, das wird höchstwahrscheinlich der Turm vom T-54 Mod 1 sein. Der hat die gleichen Werte. Der sieht im Grunde auch identisch aus, nur dass hier halt auf dem T-34 eine 85mm Kanone drauf ist. Das ist natürlich extrem stark und gerade auch mit den 7 Grad Gun Depression, die er hier kriegen soll, bin ich sehr gespannt, wie das Teil auf Tier 7 performt. Der wird also einiges am Turm bouncen können, gerade wenn er gegen 6er, 5er, 7er, 8er kämpft. Der Mod 1 ist ja auch schon relativ gut. Gut, die Kanone ist so ein bisschen, wo man denkt, okay, darüber versucht Wargaming das vielleicht zu balancen, zumindest teilweise. 171 Pen auf der AP, Premium mit 210, ist jetzt nicht mega überragend, ist aber für den Medium-Bereich auf Tier 7 völlig in Ordnung. 44 Pen auf der HE, 180 der Alpha, kennen wir schon von der normalen 85er auf Tier 6, bei AP und bei AP-CR, 300 auf der HE. Nachladezeit 5,6 Sekunden, was so gesehen erstmal gut klingt, er kommt damit auf eine DPM von 1928. Was aber tatsächlich im 7er Vergleich bei den Mediums gut ist, aber nicht überragend. 3 Sekunden die Einzielzeit und da sieht man, dort setzt Wargaming die Balancing-Schraube an, sage ich mal. Denn das ist schon extrem. Das ist nicht nur für den Medium-Extrem, das ist auch für den Heavy ganz schön viel. Also da ist jetzt die Frage, wie sehen die Soft-Stats aus, die kennen wir zu dem aktuellen Zeitpunkt nicht. Das Teil will auf jeden Fall nicht über größere Distanz gespielt werden, zumindest wenn es darum geht, schnelle Snapshots oder irgendwas zu spielen. 0,39 die Genauigkeit ist jetzt auch nicht so super, aber damit könnte man noch leben, wenn die Einzielzeit besser wäre. Aber gut, wie gesagt, wir bekommen einen guten Turm. Wir gucken mal weiter, 7 Grad Gun Depression, das natürlich Richtung Turm dem Ganzen nochmal zuträglich ist. 17 Grad Gun Elevation. Er hat eine gute Mobilität mit 55 Top Speed, 20 rückwärts, 14,7 PS pro Tonne. Das Leistungsgewicht ist nicht ganz so überragend, aber der Top Speed ist echt gut. Und auch die Drehfreudigkeiten an Turm und Wanne mit 37 bzw. 36 Grad sehen erstmal ganz gut aus. Das werden wir gleich nochmal in die Vergleichsliste, in die Relation setzen. Auch er bekommt 1250 Hitpoints. Die Wanne bleibt am Ende eine T-34-Wanne mit gerade mal nominell 75 mm Frontpanzerung. Das ist klar. Man muss also hier versuchen, irgendwie über die 7 Grad Gun Depression und mit Schutthaufen zu spielen. Denn wie gesagt, der Turm 200 mm, 120, 75. Das ist schon mal eine Ansage für Tier 7. Und definitiv. Also das könnte recht spaßig werden. 380 Meter die Sichtweite und 700 Meter die Funkreichweite. Schauen wir uns die Vergleichsliste mit anderen Tier 7 Mediums an. Die DPM habe ich ja schon gesagt. Die klingt erstmal ganz gut. Ist sie auch. Ja, wir sehen hier sind einige Kandidaten dabei. Die sind deutlich schlechter. Aber wenn wir uns hier Richtung Komet und Richtung Panzer, äh Panther schauen, nicht Panzer, dann stellen wir fest, ist er jetzt nicht on top. Aber auf jeden Fall brauchbar. Die Durchschlagsleistung mit 171, da dürfen wir uns auch nicht beschweren. Klar, der Panther ist da on top. Aber die grundsätzlichen Durchschlagsleistungen auf Tier 7 Mediums sind nicht so überragend. Da ist 171 tatsächlich schon ein Wert, der relativ gut ist. Auch vom Alpha sind hier keine Überraschungen zu erwarten. Klar gibt es ein paar Fahrzeuge, die fahren mit 240er, 250er Alpha rum. Ja, der 180er ist grundsätzlich nicht gut. Aber mit einer 5,6 sekündigen Reload und dann in Kombination dann auch mit der DPM ist das meiner Meinung nach erstmal so weit in Ordnung. Was halt wirklich kritisch ist, sind die Kanonen wert. Also vor allem die Einzielzeit mit 3 Sekunden. Da muss man sich wirklich fragen, wie sehen die Softstats dazu aus. Die Genauigkeit von 0,39 tendiert ja auch eher zu der schlechteren Hälfte in der Vergleichsliste. Ist aber, kann auch noch okay sein. Gerade dadurch, dass man den Panzer höchstwahrscheinlich wirklich auf 1. Reihe spielt, auf Nahkampf oder maximal 2. Reihe mit der Einzielzeit. Ist das von der Grundgenauigkeit halt erstmal okay. Okay, Mobilität, 55er Topspeed, damit ist er wirklich sehr, sehr gut. Und das Leistungsgewicht von 14,7 PS pro Tonne relativiert das Ganze dann schon wieder. Dann sehen wir nämlich, da ist er hier in dieser Vergleichsliste das schlechteste Fahrzeug. Gucken wir uns die Drehfreudigkeiten an. An der Wanne mit 37 Grad. Auch da, ja, in einem, ich sag mal, in einem Mittelfeld, was völlig in Ordnung ist. Der Turm mit 36 Grad, da ist er eher hinten dran. Also die Wanne ist okay, der Turm eher langsam, muss man sagen. Liegt halt höchstwahrscheinlich auch daran, dass dieser, ja, Prototypturm, sag ich mal, da auf einem Panzer geschraubt, wo wir eigentlich ja nicht hingehören. Also wir müssen da halt einfach gewisse Abstriche machen. Hitpoints, 1250, da sieht er tatsächlich sehr gut aus. Da kommt nur der Panther drüber. Er kann also ein bisschen traden. Und wie gesagt, zur Panzerung haben wir alles schon gesagt. Die Wanne wird weich sein, das ist klar. Das ist ähnlich wie beim Konstruktor. Aber der Turm natürlich unheimlich stark. Wenn man das Teil irgendwie über den Turm gespielt bekommt, dann macht das, denke ich, einiges Wett, was die Kanone angeht. Die Sichtweite 380 Meter, auch da dürfen wir uns nicht beschweren. Es gibt ein paar Kandidaten, die haben 390, aber mit 380 ist er im Medium-Bereich auf Tier 7 auf jeden Fall gut dabei. Und insgesamt ein Fahrzeug, wo ich sehr gespannt bin, wie der kommt und vor allen Dingen, wie der sich am Ende spielen wird. Eine interessante Kombination, wirkt aber jetzt grundsätzlich erstmal nicht OP auf mich in irgendeiner Form. Einfach mal eine interessante Kombination von Wanne und Turm. Ob man am Ende einen weiteren T-34-Verschnitt im Spiel braucht, das steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Zwei Panzer, die hier also in den Supertest gehen, wobei der erste, der Jopanzer, jetzt wenig überraschend ist. Wir haben hier leider keine zwei Kanonen, die getestet werden. Das wird also bei dieser 240er Alpha-Kanone höchstwahrscheinlich bleiben. Zu den Jopanzern ist mittlerweile alles gesagt worden. Ob man die braucht oder nicht braucht, könnt ihr gerne diskutieren. Ich möchte mich da jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zurückhalten. Beim T-34 M54 habe ich ja gerade eben schon gesagt, interessante Kombination. Hier ist halt die Frage, braucht man den als Premium, als weitere T-34-Variante? Höchstwahrscheinlich nicht. Grundsätzlich finde ich es aber gut, dass wir hier mal über den Tier 7er sprechen und nicht über 8er oder 9er oder in irgendeiner Form. Denn ich finde gerade der Bereich unter Tier 8 ist unterrepräsentiert. Liegt aber auch daran, dass natürlich die Gewinnmarge für den Premium-Panzer bei Wargaming für den 8er einfach natürlich deutlich höher ist, als für einen Tier 7er oder 6er oder halt 5er. Und deswegen dort in dem Bereich in den letzten Jahren relativ wenig passiert ist. Was sagt ihr zu den beiden Fahrzeugen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt sind das GameWarn-Fan, Kirtano, Gorwen und Kulle. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher. Jaa wie gesagt, kaipvetoge. Nichts Gute.